Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. In allen Zweifeln und Schwierigkeiten bitte für uns, Mutter vom guten Rat. O Maria, unsere Mutter, wir sind schwach und erschöpft. Wir sind arme Sünde. Doch deine Stimme klingt so sanft. Dein Herz steht offen für uns alle, sodass wir wieder neuen Mut fassen können. Sehe hier unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Mühen und Schmerzen. Sehe hier unseren Kummer, unsere Sünden. Sehe hier unser Herz. Es vertraut auf deine mütterliche Liebe. O Maria, führe uns zu Jesus und durch ihn zu Gott, unserem Vater. O selige Jungfrau Maria, im Ratschluss Gottes warst du von Ewigkeit heraus erwählt, zur Mutter des menschgewordenen Wortes, als Mittlerin seiner göttlichen Gnaden und als Fürsprecherin der Sünde. Zu dir nehme ich meine Zuflucht, ich, dein unwürdiger Diener. Mögest du mir beistehen mit deinem Rat und mein Wegweiser sein in diesem Tal der Tränen. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit, dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit. Amen. Gebet um die Fürbitte der Mutter vom Guten Rat. Heiliger, allmächtiger Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus ermutigt uns. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Lukas 11,9 Unser Glaube ist oft schwach und unser Vertrauen klein und gering. So wenden wir uns jetzt an dich, Maria, Mutter vom Guten Rat. Der dürfen wir unsere Not sagen und zu dir tragen, was uns bedrückt. Maria, dich darf ich vorschicken und um Fürsprache bitten. Du gibst meine Ratlosigkeit an Jesus weiter. Dein Rat tut alles, was er euch sagt. Johannes 2,5 Erweise ich als hilfreich und gut. Lass mich tun, was du mir in meiner augenblicklichen Situation, in meinem jetzigen Anliegen rätst. Damit das Wunder beginnen kann, wie in Kana. Amen. Christus, erbarme dich unser. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel. Erbarme dich unser. Gott Sohn Erlöser der Welt. Erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist. Erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Heilige Mutter Gottes. Bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade. Bitte für uns. Mutter des wunderbaren Ratgebers. Bitte für uns. Mutter des guten Rates. Bitte für uns. Du kluge Jungfrau. Bitte für uns. Du Jungfrau mächtig zu helfen. Bitte für uns. Du Frau von den Völkern gepriesen. Bitte für uns. Mutter vom guten Rat. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Apostel. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Märtyrer. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Bekenner. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Jungfrauen. Bitte für uns. Du Ratgeberin aller Heiligen. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Beträngten. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Betrübten. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Kranken. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Witwen. Bitte für uns. Und Weißen. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Familien. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Jugendlichen. Bitte für uns. Du Ratgeberin aller Regierenden. Bitte für uns. Du Ratgeberin aller Notleidenden. Bitte für uns. Bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Gefahren. Bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Versuchungen. Bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Ängsten und Zweifeln. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Sterbenden. Bitte für uns. In Einsamkeit und Verlassenheit. Hilf uns mit deinem Rat. In Zurückweisung und Ablehnung. Hilf uns mit deinem Rat. In Freundschaft und Ehe. Hilf uns mit deinem Rat. In Krisen der Familie. Hilf uns mit deinem Rat. Zur Umkehr und Versöhnung. Hilf uns mit deinem Rat. Im Zusammenleben von Jung und Alt. Hilf uns mit deinem Rat. Im Dienst an der Kirche. Hilf uns mit deinem Rat. Bei der Suche nach Gott. Hilf uns mit deinem Rat. In Gebet und Arbeit. Hilf uns mit deinem Rat. Im Dienst an den Mitmenschen. Hilf uns mit deinem Rat. Auf dem letzten Platz. Hilf uns mit deinem Rat. Vor großen Lebensentscheidungen. Hilf uns mit deinem Rat. Zu Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Hilf uns mit deinem Rat. In Kriegen und Naturkatastrophen. Hilf uns mit deinem Rat. In der Stunde unseres Todes. Hilf uns mit deinem Rat. Heilige Maria, du Mutter des guten Rates. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, erbarme dich unser. Bitte für uns die Mutter des wunderbaren Ratgebers. Verbinde uns mit dem menschgewordenen Ratschluss der Liebe Gottes. Amen. Lasset uns beten, allmächtiger Gott und Vater, beim Gedenken an Maria, die Mutter des guten Rates. Schenke uns Rettung und Heil durch den wunderbaren Ratgeber Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Gelobter Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind, der lieb. Und zu allen deinen Segen gib.